Hi Tante Sanna! Hi Ravocke, wie geht's? Gut, die Mama fährt. Oh, ich freu mich wahnsinnig auf euch drei. Wann seid ihr denn da? Kommt der Opa heute Abend nicht auf die Feier? Wo ist Papa überhaupt? Na, in der Residenz Seyheim. Noah, komm, wir suchen Opa. Was ist denn das? Ein Grab? Ein Ahnenmal. Man soll Familien schützen, dass sie zusammenhalten. Hallo Papa. Wer sie verletzt, lädt einen Fluch auf sich. Du sollst die Alten ehren, denn ihre sind viele. Und der einst fädelt ihr alle wie sie. Ich hab Angst, dass du irgendwann nicht mehr so perfekt bist wie jetzt. Es sind überall Leute vom Haus. Es ist so leicht, jemanden zurückzulassen. Wo ist mein Kind? Das ist alles, was seitdem du da bist. Was siehst du? Ein bisschen oder ein Tier. Deine Doch, es ist gar nicht. Aber nur. Nein, 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 nein. Viele Untertitelung des ZDF, 2020